Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Es ist kaputt, Mama. Der Arme hat ihn dann nicht zurückgelassen. Das war heute schnell weg, gell? Ja. Meinst du solche so schönen Postelagen? Weil das war so geschnitten, guck mal so. Und dann ist mir das... Ich weiß nicht, wie du meinst. Hier oben? Ja, das ist so. Ja, du schrumpf das hier auch so. So, Orientierung. Du kannst dann so große Wellen und Eis machen so. Ja? Ich schneide es. Ja. 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 Ja.